Erste Fotos, so traumhaft ist Megan Markles Brautkleid Sie ist die erste Frau, die diese Position für die französische Marke übernommen hat. Die Menge jubelte der gebürtigen Kalifornierin, die in diesen Minuten zur Herzogin kam. Von so Sex wird, frenetisch zu. Als Prinz Harry, 33, seine Liebste das erste Mal in ihrer Brautrube sah, konnte er die Tränen der Rührung kaum noch zurückhalten. Auch Meghans Mutter konnte ihre Emotionen nicht verbergen. Sie hatte permanent Tränen in den Augen, während ihre Tochter zum Altar lief. Das Kleid der Ex-Schauspielerin ist geprägt von purer, schlichter Eleganz – lediglich der opulente, lange Schleier ist mit Spitze verziert. Der Entwurf passt somit perfekt zu Meghans zeitlosem Schick. Im Schleier ist ein Blumenmuster mit besonderen Blüten aus allen 53 Ländern des Kommunwelt eingewebt. Mittéis Bis zum nächsten Mal.